Elisabeth Applaus 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 Ha, da sind wir ganz schön froh, mein lieber Mann Da kocht nämlich das Blut Da geht's mal richtig ab Da sind wir ganz schön froh, dass man überhaupt da ist Primas, also Puscht da Hinten links von Gulapeck Meine Damen und Herren aus Ungarn Rigo, Galgari, Gulasch Applaus Rigo, Galgari, Gulasch Wir präsentieren Ihnen aus Italien einen der letzten, um nicht zu sagen, einen der allerletzten. Einen der allerletzten Fahrradequilibristen unserer Zeit. Die hohe Kunst auf dem Zweirad kraftvoll gewürzt. Aus Italien, Salvatore Piccicletti. 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 Untertitelung des ZDF, 2020